Also, Kereks sind echt ein miserabler Fahrer, muss ich sagen. Und jetzt? Die Tame gar nichts mehr. Oh! Der Truck fährt da vorne. Ich hoffe, dass ich das jetzt nochmal von neu machen muss. Nö, ich nehme den anderen Truck. Hier ist irgendwie auch noch einer. Wir brauchen die Fackel. Das ist eigentlich das einzig Entscheidende. Wir brauchen die scheiß Fackel. Verdammt. Ist die Fackel wieder da? Die Fackel ist wieder da. Gut, Kereks. Ich hole schon mal einen neuen Laster. Und sie bereiten alles vor. Ich habe irgendwo einen Piepen gefunden. Das ist halt für die inkompetenten Leute wie uns extra sogar gemacht. Das ist das Feierrecht zum Beispiel. Dass die Entwickler gleich wissen, dass es auch inkompetente Spieler gibt wie uns, die halt, ja, einen Laster einfach versenken. Und ich glaube, wir haben Platten. Oder warum ist das so schräg? Kein Ding. So, ein bisschen vorwärts gegangen. Die soll sich mal ein bisschen beeilen, weil die erste Kohle kommt gleich. Nein, nein, nein. Das ist zu früh. Halten Sie sie auf! Zu spät. Vollgas voraus! Die erste Kohle kommt. Nein, nein. Fackel. Fackel. Oh Gott. Komm, du schaffst es nicht. Oh, die kommt. Oh, gut gemacht. Oh, nee. Doch nicht. Die Fackel hängt hier. Schau dir das an. Die hängt hier. Warte. Notruf. Oh, Notruf. Wo hängt die denn? Da ist sie! Nein. Hallo, Kirex. Wie geht es Ihnen? Kommen Sie her. Sehen Sie fest. Kein Ding. Alles gut. Schauen Sie hier. Die hängt da. Hier sind Sie wieder unten. Jetzt holen Sie einfach noch einmal. Wie, wie? Hä? Wie? Ja, ich probiere die Fackel noch was tun. Weiß ich nicht. Ich hab die einfach unten geholt. Ach du, so was schaff nicht mehr ich. So, warte. Der Chef sagt, ich soll es wiederholen. Und der Chef sagt mehr Kohle. Bleib mal dort stehen, weil du bekommst jetzt Kohle drauf auf deinen Kopf, Alter. Enjoy. So sind Sie die faschisten Fackel. Das ist alles, was wir brauchen. Ja, ich bin ja dabei. Wir nehmen seit einer halben Stunde auf. Wissen Sie das? Ja, ich beeile mich. Nein, beeilen Sie sich mehr. Ich bekomme die hier nicht. Wie soll ich das machen? Ich muss mich jetzt hier dran halten. Seid an der Hand. Nimm deine andere Hand. Oh, ich hab Kohle. Ja. Oh, 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 oh. Noch mal Kohle. Nimm deine andere Hand. Die geht nicht hoch, die Hand. Ja, warten Sie. Ich komme. Das kann doch nicht wahr sein. Ich klebe mir einfach an Sie dran und dann werde ich einfach die Fackel mit meinen bloßen Klumpen aufhalten. Hab sie. Hast du nicht. Oh, Kohle. Geil. Kohle, 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 Kohle. Oui, 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 oui. Ja, Loli. Ich dachte, du kriegst es hin. Kleinen Moment, bitte. Oder wir schütteln einfach noch mehr Kohle drauf und hoffen, dass sie gelöst wird. Hören Sie auf. Wehe, Sie fahren. Nur ein Schrittchen. Sie ruhen den... Nein, ist gut. Tja, eich. Warte, ich muss ein Stück nach vorne. Ein Stück. Ein Stück. Hörst du das auf, stoppen sie das endlich! Hörst du das auf, stoppen sie das endlich! Du, du... Das ist kompetent kann eigentlich ein einzelner Mensch sein! Das ist Schreck! Stopp sie das jetzt so! Komm du schaffst das! Ja! Ja! Lolli, komm durch! So, die passen da schön auf, glaubst du das reicht mit der Kohle? Ja! Sollte reichen! So, sie sind bitte fürs Gas zuständig! Bitte, ne noch Vollgas bitte! Wenn schon, denn schon! Noch einen Gang höher bitte! Oh Gott! Ja, der muss auch schon drin bleiben, der Gang! Okay, hören sie auf! So! Eng, äh, die Kurve wollte ich gerade richtig schön eng nehmen! Und Syronymisch wie alles! Gibt Power! Warte auf! Du musst schon Vollgas gedrückt halten! Oh mein Gott, das ist geil! Hey, ich kann halt da aufhören! Lass es einfach los! Einfach loslassen! Attacke! Achso, ich wollte gerade nicht gerade wegranden! Du machst es gut! Aber gleich ist unser Endgegner hier! Das ist jetzt unser Endgegner! Bobby McLaren! Oh Gott! Das reicht mir hier! Ihr Verhalten! Nein! Vorwärts! Vorwärts! Power! Nochmal! Jetzt haben wir unser Gegner verloren! Was machst du jetzt? Ja! Gib Gas! Das war der Gang! Wir müssen kurz bitte zurück! Gib Gas! Schnell bevor er kommt! Hinten geht es runter! Wir wagen es gut! Hoppla! Musst es jetzt hier rein? Ach, keine Angst! Versicherungszahl! Ja, wohin wir sonst? Klopfende Kohle essen! So, gut stoppen! Stoppen! Oder fahrs dagegen! Ist auch in Ordnung! So, hier ist es schon heiß! Geht nicht! Dann wird es noch heiß! Und ich bin heiß! So, Kirex! Loni! Gott, 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 Gott! Was machst du? Ich habe dir gesagt, bleib ruhig! Ey, du ruinierst ja alles! Ich... Ich... Ich pinke mich gleich! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich ruine dir das alles! Gar nichts! Wo ist das? Ich ruine dich! Oh! Fahr jetzt nach vorne! Und bleib auch noch vorne gefahren! Alter! Ich komme nicht! Fahr vorwärts! Fahr vorwärts! Der Laster steht hier! Schau mal! Okay, gut! Der Laster wird ausgeladen! Mein Gott! Ein Laster weniger! So, zurück! Ist er weg! Versuchst du mich grad um? Versuchst du mich grad umzufahren? Ich mache gar nicht! Was habe ich bloß gemacht, um so ein T-Mail zu verdienen? Du bist aber gut geladen, oder? So! Warte, ich gebe ja schon hier Gas! Haben wir ein bisschen Kohle hier! Ich habe aber gut geladen! Egal! Wir haben die Kohle! Alles gut! Kommen Sie! Okay! Ich habe aber gut geladen, oder? Definitiv! Sie haben auch gut zu den Truck gelenkt! Haben sie beides fantastisch gemacht! Jetzt komm her und lad sie dir scheiß Kohle ein! Langsam reicht es mit dir hier! So! Ich bin hier der Entzünder! So wie dieser Typ, der immer diese Fackeln bei diesem... Wie nennt man das Triathlon? Und Olympier! Oh Gott! Ja, ich... Auf! Zack! Ist auf Temperatur! Wir müssen da schon rein! Hallo? Ja, beim letzten! Perfekt! Kommen wir nicht mehr raus! Ja, müssen sie... Ah jetzt! Bisschen mehr einladen! Nein, das ist schon heiß! Wir haben es nicht geschafft! Wir müssen volle Pulle laden hier! Bis dieser rote Zeiger eskaliert! Siehst du? So heiß muss es sein! Ja, so wie ich! Es ist nicht eiskalt, Kirik! Es muss heiß sein! Hm! Ich glaube, da reicht die Kohle nicht! Oh Gott! Ich glaube, meine Hand wird gerade eingequetscht! Oh Gott! Oh Gott! Kirik, sie haben hier leichte... So, einmal ist es zu! Wir müssen es zu machen! Der zweite Mal... Hier muss noch Kohle rein! Ja, bin ja dabei! Ein kleines Stückchen Kohle noch! Kommen Sie! Ja, wir haben aber echt viel gearbeitet, oder? Ja, ich habe... Du hast noch ganz schön viele Nerven geraubt! Und... Rein! Rein jetzt! Hopps! Ich verbrenne jetzt mit! Ja komm, geh rein! Ey! Nein! Nein! Loli! Ich verbrenne! Machen Sie diese Scheiß Tür gefälligst zu! Die Kohle war teuer! Ah! Ich bin mir vertraut! Tür! Zu! Oh mein Gott! Ich kann eigentlich radioaktiv verstrahlt werden! Geil! Oh Gott! Eieieiei! Komm! Tür geht nicht zu! Egal, kommen Sie! Ich habe schon... Oh, drüber! Geronimo! Oh Gott! Hey! Gut! Ich habe schonmal... Einmal verkackt! Jetzt sind Sie drüber verkackt! Bist du nur noch hingekommen? Haha! Du musst! Ah, da geht's rein! Hä? Was... Was... Was ist das für ein Geheimverständnis? Wo bist du grad? Und... Tschüssi! Wo? Wo geht's hier hin? Alter! Ich war auch eine Fackel gewesen! Seid mir grad so ein! Wir haben echt mitgedacht! Ja, Kerex! Das war gleich schon zu verkacken! Ist auch schon echt bitter! So... Oh Gott! Eieieiei! Okay! Haha! Gut! Nochmal! Warum denn ich... So... Hey! Schlecht! 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 Wie ist das? Ja, das ist wahr! Das ist zu traurig, um wahr zu sein! Oh! Oh! Das ist echt traurig! Eieieiei! Und ja! Oh Gott! Was ist denn das hier? Hören Sie auf! Bitte betatschen Sie mich nicht! No touching! Guck mal! Guck mal! Oh! Oh! Okay! Ich hab's glaube ich geschafft! Loli! Schau mal zu mir! Was bist du denn? Guck mal mein Arsch! Boah! Shake that booty! Ey! Ne! Ich könnte eskalieren! Ich könnte eskalieren! Was hab ich gerade hier gemacht? Wir müssen aber wieder... Wie so ein kleines schwulen Pärchen wieder Hand in Hand springen! Ja dann komm! Ich komme! Das geht nicht! Was geht daran nicht? Oh Gott! Ich komme! Keine Bange! Ihr Retter ist auf dem Weg! Ist das hier schon fertig? Weiß ich nicht! Warst du sie? Halt Stopp! Oh ja dann geht's runter! Halt Stopp! Jo! Ich chill mich schon mal hier hin! Loli! Ja! In Not! Genau so chill ich auch immer! Hand! Geben sie mir ihre Hand! Komm! Komm! Zieh! Uiuiuiui! Aua! Das beschreibt mein Leben! Nein! Du lässt es los! Ich lass doch los! Andere Hand! Andere Hand! Okay! Ich hab nix! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja das war so! Gute Leute! Haut rein! Wenn ihr euch das Video gefallen hat! Euer Loli! dich... G understand! Alles Bet Kast, klar! Euer Lolo!